hallo meine lieben willkommen bei gamebody schön dass ihr wieder dabei seid heute möchte ich mit euch durchgehen wie werten wir am besten unsere ausrüstung auf welche ausrüstung werten wir auf auf den ganzen schnickschnack alles drum und dran gehen wir darauf ein ich gehe explizit jetzt darauf ein weil wir zwei events laufen haben die sich geradezu anbieten dafür das ist zum einen das event was ich gestern im video behandelt habe wie fahren wir am besten aktuell für geld schatztruhen und für erweckungs steine und zum anderen haben wir aktuell dass die jahre event wieder hat ist die jahre event gibt uns erhöhte chance auf ultra und auf super erfolgsrate beim verwerten was so sehr noch mal zusätzlich erweckungs steine gibt und dementsprechend ist perfekt wir können momentan wirklich erwecken steine fahren ohne ende auch da wie gesagt mein video von gestern schaut euch das an super verbunden aber damit haben wir ein event ab heute ab dem update habe ich alles besprochen auch in einem video auch danach schauen was heute alles aktiv ist aber speziell jetzt hier wir haben das event vorhanden das nein 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 und zwar dass wir einen diamanten pro ssr gear fünf sterne haben in meinem falle ich habe 67 diamanten jetzt bekommen weil ich 67 ssr gear auf plus fünf habe bzw was heißt plus 5 auf fünf sterne habe natürlich ja für die leute die sich jetzt aber denken super können wir jetzt diamanten farm ohne ende nein nein macht das bitte nicht deswegen mache ich dieses videos gerade für die anfänger aber auch für uns fortgeschrittenen auch hier und da mache ich natürlich immer noch fehler habe ich auch fehler gemacht habe ressourcen und geld hier reingesteckt also nicht echt geld sondern ich meine entgegen geld gold natürlich ich hätte mir das sparen können ich hätte wesentlich besser agieren können hätte ich dieses video gehabt denn im deutschsprachigen deutschsprachigen raum haben wir das eher selten ja dafür mache ich dieses video wollen wir auch gar nicht groß rum schnacken wie gesagt diese drei aspekte haben wir jetzt beleuchtet einmal event von diane dann momentan auch das level event was man schlussendlich hat und wir können also was ich auch noch erwähnen könnte selbstverständlich auch das ausrüstungs ziehen ist alles aber wie gesagt besprochen im letzten video wie ihr fahren sollt etc pp das einzige was jetzt dazu gekommen ist ist halt ein diamanten zu bekommen für eine ausrüstung ssr ausrüstung auf fünf sterne da sich aber viele denken werden wie gesagt wir fahren jetzt unsere diamanten möchte ich dieses video machen macht es bitte sinnvoll steckt da nicht unnötig ressourcen rein wir fangen auch gleich mal an wo drauf möchte ich eingehen und vor allem muss ich euch ein bisschen was dazu erklären so wir haben im endeffekt ja drei set varianten die man so allgemein verwendet das heißt einmal für die damage dealer in dem fall jetzt zum beispiel nehmen wir mal unseren das weil er ein gutes parade beispiel dafür ist was man aufwerten kann was nicht mein ssr gier für ihn ist recht gut aber darauf wollen wir gar nicht groß eingehen ob sein geht jetzt in ordnung ist oder nicht nicht in dem falle explizit achtet bitte darauf ganz ganz wichtig wie hoch eure basiswerte sind ja wenn ihr eine ausrüstung aufwerten wollt wenn wir hier unten mal standard gemäß einfach eins ja und ihr denkt da ist es ist ja hier ja soll ich das aufwerten oder auch nicht geht doch hier oben auf werte ändern denn da könnt ihr einsehen wie hoch ist euer basiswert in dem fall ist es zum beispiel ein teil was ich so nicht verwenden würde zum aufwerten weil mir der basiswert einfach zu niedrig vorkommt es gibt einfach deutlich höhere basiswerte wir haben bei lost man parade beispiel weil der basiswert hier ist auch nicht voll aber er hat nur noch so ein kleines dafür kann man schon mal nutzen ja ich habe aktuell nichts was stärker ist sonst hätte ich ihm das gegeben weil er einfach meinen mein favorite charakter momentan ist aber in dem falle achtet immer auf diese basiswerte im zug dessen da wir gleich schon mal hier sind wann benutzt ihr eure waze hammer und wann nicht ein tipp da meinerseits achtet darauf dass ihr bei den bonuswerten hier unten minimum oder sagen wir mal so ab 2,5 prozent hier und da verwende ich auch mal bei zwei prozent das ist aber eher selten das ist nur in dem falle so wenn ich halt zum beispiel meine armbosse weiß nicht schon 200 armbosse investiert habe um diesen ein bonuswert hinzubekommen und ich ehrlich gesagt lange haben die schnauze voll haupt nein dann verwende ich auch man waze hammer hier in dem falle zum beispiel hier oben die 2,9 prozent die 2,6 prozent da natürlich verwendet die und kurz die raten zu erklären warum man sagt ab 2,5 prozent nutzen ist einfach der dass ihr den waze hammer hat eine rate von 0,1 bis 0,5 prozent punkte ja gut in der vergangenheit gebe ich zu die 0,5 prozent punkte habe ich jetzt in wochen wo es dieses update gibt keine ahnung lass mich liegen zwei dreimal gehabt ja also die rate ist nicht besonders hoch aber sie ist da ich würde das gar nichts bringen um mal jetzt vielleicht ein anderes ausrüstungsteil zu zeigen hier sowas okay bei 1,9 könnte man noch darüber streiten würde ich auch vielleicht hier und da verwenden aber hier unten haben wir ein rüstungsteil mit 1,6 prozent das ist knapp über die hälfte aber auch wirklich nur knapp da würde ich nicht verwenden da investiert lieber die armbosse die könnt ihr erfahren könnt ihr die kriegt ihr eher als die waze hammer da achtet darauf minimum auf zwei prozent ich würde aber wirklich vorschlagen macht die 2,5 prozent voll setzt danach eure waze hammer ein ja wir können es ja mal hier oben kurz zeigen also ich habe ja gesagt zwischen 0,1 und 0,5 prozent punkten gibt das ganze aktuell haben wir hier 2,6 prozent auf die verteidigung schauen wir mal was wir bekommen parade bösche 0,1 prozent also mein durchschnitt ist auch eher so zwischen 0,2 und 0,344 schon mal häufiger vorgekommen aber ihr seht das waren jetzt 0,1 prozent ihr verbraucht aber dafür fünf von euren hammer ja also es achtet darauf der wert ist dass der wert hoch genug ist eine andere sache achtet auch darauf welchen charakter ihr welches gear anzieht ja es gibt zwei varianten es gibt einmal das lp defense gear set bzw die kombination aus diesen beiden und angriff und defense set was ist damit gemeint angriff wir haben einen vierer set bonus das heißt wir benötigen schon mal vier teile und unser defense set ist auf zwei teile beschränkt man muss dazu erwähnen dass alles was angriffs dealer ist in dem fall lost waymill yodas eskanor gibt ihm angriff die sind die leben davon viel viel schaden zu machen alles was müssen die supporter rolle einnimmt wie beispielsweise hier unseren blauen king da natürlich lp defense ja könnten auch hier zum beispiel schauen also die wert wir gehen auf die ball gehen erst mal auf die bonus werte hier der einzelnen teile an die beiden oberen linken die rechten also armreif und ring immer angriff es gibt einzig und allein zwei ausnahmen wo wir nicht auf angriff sondern auf durchdringung gehen das ist bei lost waymill yodas katsch entschuldigt bitte entschuldigt falsche aussage dämonen million das ja ist einmal bei dem million das hat den einfachen grund seine angriffskarte basiert auf durchdringung wir machen dreifach erhöhten schaden durch durchdringung durch den wert des durchdringens dementsprechend gehen wir hier auf durchdringen und nicht auf angriff der andere ja ist unser roter hauser da das gleiche dreifacher schaden durch durchdringung also bei diesen beiden ist ja ausnahme dass ihr auf durchdringen geht nicht auf angriff bitte darauf achten ansonsten haben wir hier die beiden mittleren teile einmal halskette und ohrring gehen wir auf verteidigung es gibt dort meines wissens nach nur eine einzige ausnahme und das wäre unsere valenti da gehen wir auf resistenz valenti ist diese gute dame da gehen wir auf resistenz weil gerade im pvp bereich zum beispiel sie unglaublich tanky wird ja und damit euch so krass helfen kann aber sie ist halt so die einzige ausnahme wo man sagt hey da wollen wir zum beispiel dann eher eine resistenz haben wie sagt die beiden mittleren er verteidigung die beiden unteren die rune sowie unser gürtel die geht ihr voll und ganz auf lp hier ist zum beispiel außen parade beispiel basiswert sehr hoch deswegen kann man sehr gut aufwerten aber hier zum beispiel all diese werte ich sag mal die unteren beiden da könnte man noch sagen okay jedoch die oberen drei nein wertet ihr hier nicht mit euren wesel hammer auf ist pure verschwendung da warte ich noch ein bisschen ein paar hammer habe damit ich das aufwerten kann weil mein kriegen soll als nächstes urg kriegen aber da sind wir noch ein bisschen am arbeiten so viel dazu wenn ihr noch fragen habt was ausrüstung angeht was das aufwerten angeht dann stellt mir das auch unten einfach in die kommentare rein ich gehe gerne darauf ein ich möchte aber euch darauf hinweisen ihr habt jetzt wirklich optimale chancen ausrüstungssteine etc zu bekommen gold zu bekommen um das ganze zu machen verbunden mit dem diana event auch wieder eure ressourcen zu bekommen ja wir gehen kurz darauf ihr seht ich habe hier extrem viel eure aufwertungssteine zu bekommen ihr habt momentan alles an die hand bekommen um perfekt eure aufrüstung aufzuwerten und damit verbunden mit dem update von heute verbessert ihr eure ausrüstung kriegt ihr sogar noch den diamanten also an der stelle viel spaß beim formen beim aufwerten beim diamanten farm schlussendlich dadurch so ein bisschen ich sag mal in anführungsstrichen ja viel viel spaß dabei wie gesagt fragen immer ab in die kommentare ich gehe darauf ein ich mache ein neues video solange wir das haben nutzt das bitte gerade für free to play spieler und für auch fortgeschrittene die vielleicht hier und da auch noch ein bisschen pots ausdauer pots etc pp haben nutzt das ich verlinke euch auch andere videos jetzt am ende des videos noch mal könnt ihr aufklicken und würde mich freuen wenn ich euch beim nächsten mal wieder sehen also bis dann meine lieben freunde tschö 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 t